Was ist denn das? Hat es geschmeckt? Ja. Schön. So gut. Ja. Wir bleiben hier. Ja. Essen, soweit das Auge reicht. Und auch hier endet es noch nicht. Und nein, ein unglaubliches Ding. Es ist nicht Hochdeutsch. Es ist mehrmals schon viermal in Deutschland. So. Ich habe ein bisschen genug gepickt. Und unser Pensilfone-Deutsch ist abkommen von Deutschland. Es ist mein ordentlich Englisch dazu. Nein. Bei Naum. Die Gemeinde ist, dass Männer nichten sind. Und mir hieß es Weverland Conference. Was ist Conference? Konferenz. Konferenz? Konferenz. Ja. 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 Die Männer nichten dienen so netten. Ja. Wir haben sechs Kinder. Sind auch geheiratet. Verheiratet. 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 Ja. Ja. Vier Bube. Vier Bube. Ja. Und äh. Fünferzwanzig Kindskimmer. So. Ja. 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 Zuf Pedrofunk. Scheiße. Sechse. Das ist äh Schwätze von wo. Was weiß er nie, Schwätze? Meine sechs Kinder. Sprechen. Sprechen. Not Schwatze. 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 Schw chantze. Ja ja. Wir haben eine. Zwei Bube. So fünfzeih Kindskimm. Ein noch Ebu ist daheim ist und fünf von den Kindern sind Kaya. In 1741 ist all zwei von uns, und wahrscheinlich ein paar andere von den Ministern ist da. Unser Großvater ist rüberkommen von Schweizerland und hat Zettel noch, die kann ich schon gekriegt, jetzt einmal so da bin ich. Es ist ein, so selbst wie uns auch älter rüberkommen sind, und zwar nix da nur, das war 1741. Sie nehmen keine Fahrräder? Sie nehmen die Scooter. Keine Fahrräder? Nein, nicht in Pennsylvania, in Ohio und Indiana. Warum keine Fahrräder? Zu viel Technik. Technik? Gut. Es ist gesund. Aber die Kutschen sind hier, oder? Nun fahren die Kutschen zum Gottesdienst. Unmittelbar vor uns ist eine Kutsche, die wir jetzt überholen werden. Die Fahrt zum Gottesdienst. Das ist sehr interessant in Pennsylvania. Autos und Kutschen im Wettrennen. Er hat ein Fahrrad hinten drauf auf seiner Kutsche. Ja. Und auf dem Fahrrad jetzt zum Gottesdienst. Und auch noch eine Kutsche. Mit echtem Pferd. Und die anderen auf dem Fahrrad. Das ist jetzt zu den Meloniten all der Ordnung. Bei Wind und Regen. Bei Wind und Regen. Links runter, ha? Wir sind jetzt schon in der Nähe des Gottesdienstes, wie man sieht. Auch unsere mit feiernden Fahrern voraus. Das sind bei einem Meloniten alter Ordnung. Das Pferd strengt sich sehr an. Jetzt abwärts geht es etwas steller. Und jetzt kommt der Endspurt. Und es wird nach links abgewogen vorne schon. Zu unserer Gemeinde, wo wir heute sein dürfen. Der Gewinner steht noch nicht fest. Wird später ausgelost. Und hier auch ein Junge auf dem Fahrrad. Bei Wind und Regen. Ein gutes Mountainbike. Da hinten ist der Kutschenparkplatz. Ein Gottesdienst. Hier kommt eine Frau mit ihren Kindern gelaufen zum Gottesdienst. Hier dürfen wir heute zu Gast sein in Pennsylvania. Kutsche um Kutsche nähert sich. Aber auch ein Auto. Das sind die Brubachers. Unsere Gastgeber. Ja. Also nur sie ist. Das sind die Brubachers. Nun sind wir bei den Meloniten alter Ordnung beim Gottesdienst. Ein Parkplatz für Kutschen mit Pferden. Und es wird hier sein im Haus. Wir kommen zum Gottesdienst. Pferd um Pferd kommt zum Gotteshaus. Und hier werden wir nun uns versammeln. In Pennsylvania. Im gelobten Land. Das sind die Brubachers. Das sind die Brubachers. Ja. Der Buggy funktioniert so, dass man innen die Leine zieht. Und vorne ist das Pferd. Achso, ja. Der Buggy hat sogar eine Ölbremse. Und hat Platz für etwa vier Personen. Thank you. Bornin und Amalda fahren mit dem Pferd. Ist schön mit Pferd. Mit einem Gaul. Ja, jetzt geht's los. Unser Grob in den Kutsch. Unser Grob in den Kutsch. Tschüss. Oh, not so quickly. Es sind keine Hamischen, sondern Mennoniten. In Amerika. Nun fahren wir in einem Buggy. So wie sie es im Gottesdienst fahren. Und hier wird also gesteuert. Und hier kommt eine Kutsche entgegen. Das wäre doch was für Tabitha und Sabre. Der Gottesdienst nun vorüber. Es wurde in Deutsch gesungen und gepredigt. Das ist auch ein Leganischer Sprichhof. USA Sprich und einfach ohne Blumen. Und der Pferderitt nach dem Gottesdienst endet nun schon fast. Nun sind wir alle eingeladen im Haus von Familie Probacher. Und da sehr dankbar. Das Haus von Paul Brueberger. In einem Vogelhaus. Und hier in Pennsylvania. Bei Lancaster. Wie in Deutschland. Wie in Deutschland. Von den Pferden. Von den Pferde Äpfeln. Wird das sauber gemacht? Nein. Wird das sauber gemacht? Wird das sauber gemacht? Jetzt überholen wir wieder eine Keitsche. Versuchen zumindest. Was machen wir? Ein Amisch Kanti. Ein bisschen näher. Das ist viel besser. Wir sehen auch Kallestein. 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 Sie sind ein bisschen kleiner. Die Amischen sind ein bisschen kleiner. David. Ja. 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 Ich sehe das. Ja. Die Frage war. Die Frage war. Ist ein Amische Carriage. Der Breitwind. Mennimidische Carriage. Ist ein bisschen spaler. Und der David. Hat die repariert. Vor vielen Jahren. Und er sagt. Ein Amische Carriage. Das ist 2 Zoll. 2 Zoll. Das ist so weit. 3, 4 Zentimeter. 5 Zentimeter. Gehts? Und den die Fallen. Okay? Fast kapastelt. Das ist so weit. 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 Das ist eine Melodie. Ein Doppel-Schwena. Ja, das ist eine Doppel-Schwena. Ja, das ist eine Doppel-Schwena. Das war die Trennung, der Brief von Jakob Amand. Ja, das war die Trennung, der wichtige Brief. Und es sagt, du unten noch weiter sagst, dass es für euren Brief beantworten, dass 1693 gekommen ist. Das ist ein Kleintestament von 1525, 1524. Die älteste Bibel. Die älteste amerikanische Bibel. Älteste amerikanische Bibel. Aus welchem Jahr? 1743, 1743. Ja, 1515 in Zürich ist der erste, das wir haben hier. Germantown, welches Germantown? In Philadelphia? Schienen Lieder, wie sie in Passau, im Gefängnis in Passau waren. Ausbrun 1771. Von den Schweizer Brüdern. Von den Schweizer Brüdern ein andere rechtglaubige Gedicht worden. So heißt, von Sumiswald. Das Buch von Hans heißt, wo es die Trennung von Amand gab, das Originalbuch. Ja. Ein Buggy mit Blinklicht. Muss vor Einbruch des Gewitters nach Hause kommen. Die haben hier Metallreifen. Und auch hier steht jede Menge Buggy. Auf diesem Grundstück. Ja, hier haben sie ja gespielt. Hier haben sie ja gespielt. Wo sie gespielt hatten. Volleyball. Zwei Buggy sogar. Versuchen noch heim zu kommen. Nach Zügler. In einem Einbruch des Gewitters. Zurückstelle ist zu stark. Ja, die Pferde haben sie nun zu tun. Das sind amische. Bagi mit Blinklicht. Amischer Buggy. Und hier schon der nächste. Hier in Hörschee sind ununterbrochen Achterbahnen zu sehen. Schaut euch mal das an, Kinder. Hier geht es gerade weiter. Jetzt kommt schon die nächste Mammutbahn. In Hörschee, Pennsylvania, USA. Alles aus Holz. Du hast auch für mich gesprochen. Hallo. Hallo. Hallo, jag glaube. Und unsere Tour will be complete without seeing our famous Hershey's Kisses. Hershey's Kisses are made by dropping Was wollte er essen heute Abend? Wir sind in der Mennonitenstadt St. Jakobs in Kanada, in der Nähe von Toronto. Ein sehr schönes Eugendspiel erklingt. Wir sind in der Mennonitenstadt St. Jakobs in Kanada. Wir sind in der Mennonitenstadt St. Jakobs in Kanada. Die Mennonitenstadt St. Jakobs in Kanada kamen in 1889, Die Mennonitenstadt St. Jakobs in Kanada kamen in 1889, Die Mennonitenstadt St. Jakobs in Kanada kamen in 1889, Some allow quite sophisticated business operations on their farms. Some allow English rather than German in their worship service to arrive from Europe in the 1820s. And conservative old colony Mennonites who immigrated much more recently from Mexico. These groups all share the same historical roots as other Mennonites, but they have their own unique stories. Despite the differences among the Mennonite groups in Ontario, they all cooperate on many projects to offer assistance to the wider world. One of these are the healthiest in Canada. Women are busy with childcare, cleaning, baking, sewing, and seasonal tasks, such as canning, quilting, gardening, and butter making. Most homes now have electricity. Although it arrived in the barns before it came into the kitchen, quilting prevent quilts. Farmers also bring their goods to the farmer's market, just south of St. Jakobs, and to a wholesale cooperative near Elmira. But you can't find anything on Sunday, because that's a day for worship, rest, and fellowship. But like outside church, it is just as sacred as inside. Ministers and deacons are nominated by church members, and then chosen by lot. They receive no pay, and remain farmers. There are no musical instruments at church, and hymns are sung in a chanting style that goes back centuries. But on Sunday night after church, old porter youth will often gather to sing more complicated harmonies in four parts. After worship, neighbors are typically invited home for an elaborate meal with a variety of meats, a range of vegetables, and several desserts. This is digested during an afternoon of visiting and walks. It's a little ironic that the old porter Mennonites attract so much curiosity from visitors, because their intention is to lead low-key, quiet lives, and to help out in the wider world. And they are your neighbors. That's the noise. Thank you.